Design ist dann gut, wenn es reduziert ist, wenn man sich auf das absolute Minimum konzentriert. Meine Inspiration hole ich mir durch die Restauration klassischer Fahrzeuge. Hier kann man viele Details erkennen, viele Dinge, die einen hohen konstruktiven Wert haben. Daraus kann man auch Details wiederum ableiten für meine Arbeit. Das Ziel von Radius ist, gute Produkte zu machen, die leicht verständlich sind. Die vielleicht das Leben etwas angenehmer gestalten, die eine hohe Designqualität haben, eine hohe Qualität in der Ausführung. Das Gute an Radiusprodukten ist, dass sie im Wesentlichen reduziert sind, dass sie sich gut integrieren lassen, dass es keine schneidenden Objekte sind, sondern immer Dinge, die sich zurückhaltend integrieren lassen. Gute an Radius wonderfulen